Fußball ist meine Leidenschaft. Ohne Fußball geht nichts. Wenn man vorne schwingt, das ist anstrengend. Wenn man einen anderen Stoff hat, einen dicken Stoff, dann geht das vorne schwenken. Was haben wir in den nächsten Minuten mit Ihnen vor? Einerseits werden hier auf der Bühne gleich drei Fußballprofis aus der ersten Liga und Bundesliga da sein und danach um 18 Uhr gehört diese Bühne auch schon den Jüngsten, denn da starten wir mit der Nachwuchsmeister-Ehrung des oberösterreichischen Fußballverbandes. Meine Ziele ist ganz klar mit dem SVR nicht absteigen, persönlich so viele Tore wie möglich und den Spaß am Fußball einfach nicht verlieren. Mein Vorbild ist der Ronaldo, weil ich einfach Skiller und Stor schießen kann. Ja. Hallo, ich heiße Anis Viseli. Hallo, ich heiße Ausland-Urani. Also wir spielen beim FC Doris Linz. Ich spiele in der linken Mittelfeld. Ich spiele im rechten Mittelfeld. Fußball gefällt mir die Spielweise. Fußball ist mein Leben. Fußball ist in der Oberbürgermeister-Geschichte. Was macht das als pretossene Ferne wenn wir dieveda-Warsch remains für b Danks유. Die Wälder sind immer beim 07.1 Wie freie Punkte 4 weiter mit dem VW auf der aktuellen Jahr rein. Fußball ist als Mannschaftssport ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. In Fußball lernt man eigentlich die Schule des Lebens und wenn wir heute unsere Gesellschaftsentwicklung sehen, dann ist es wirklich toll, welchen Beitrag der Fußball zur Integration leistet. Hier geschieht die Integration spielend und spielerisch zugleich und vor allem eines, die Freizeitbeschäftigung im Fußball fasziniert die Massen in Österreich und die großen Idole des Nationalteams sind die Vorbilder für die Kleinen, die heute hier in der PlusCity geehrt worden sind. Für mich als Training ist es ganz wichtig, dass ich die Burschen trainieren darf, dass sie Freude haben dabei, dass sie eine Gemeinschaft bilden können, das eigene ist um und auf. Und das andere, das ergibt es auch selber, dass man dann Meister wird, das ist natürlich eine Idee draufkommt und dazu noch. Es soll einfach der Teamgeist passen, wir sollen sie nicht streiten oder so. Ja, aber eines wird immer was Schönes und wenn man es sich verdient hat, ist es natürlich für uns so schön. Ja. 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 Ja.